Hallo Freunde! Etwas Gutes zu tun und anderen Mitmenschen zu helfen, ist auf dieser Welt leider keine Selbstverständlichkeit. Gutes zu tun ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Und da wir von so gut wie allen Seiten dazu animiert werden, an uns selbst zu denken, werden die guten Taten immer weniger. Wahrscheinlich gibt es deshalb auch immer mehr Böses auf dieser Welt. Aber auch wenn sie immer weniger werden, es gibt sie noch, Menschen, die nicht zuerst an sich selbst denken. Eine der vertrautesten Situationen ist, wenn eine Person jemandes Brieftasch oder Dokumente findet und eine gute Tat vollbringt, indem er sie dem Besitzer bringt. Aber wir sollten uns von solchen Taten nicht beirren lassen. Denn auch wenn es Menschen gibt, die so etwas ohne Hintergedanken tun, würden die meisten Menschen den Fund entweder behalten oder nach einer Belohnung fragen. Ganz anders verlief es jedoch in diesem Beispiel, der mit dem Rapper Nick Rivera Caminero, auch bekannt als Nicky Jam, zusammenhängt. Mittlerweile ist er vielleicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere, doch hier anzugelangen war nicht leicht für ihn. Geboren wurde er in den Vereinigten Staaten, doch als er sechs Jahre alt wurde, zog seine Familie nach Puerto Rico. Seiner Familie ging es finanziell sehr schlecht, weshalb er bereits in jungen Jahren illegal vor der Schule in einem Supermarkt arbeiten musste, der täglich 24 Stunden geöffnet hatte. Im Supermarkt übte er stets, wenn gerade keine Kunden anwesend waren, seinen Gesang und die Texte, die er sich ausdachte. Eines Tages trat plötzlich ein Musikproduzent in den Supermarkt ein und bemerkte seine Fähigkeiten. Kurze Zeit später unterschrieb Nicky Jam seinen ersten Vertrag. Heute hat der Sänger sogar einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame von Hollywood. Vor nicht allzu langer Zeit erfüllte er sich einen lang ersehnten Traum. Er kaufte sich einen Lamborghini Huracan und prallte mit der Maschine in den sozialen Netzwerken. Zudem bedankte er sich bei allen Menschen, die ihn unterstützten. Aber den Geschmack der Freude konnte er nicht lange genießen, denn noch am gleichen Tag verlor er wie durch Zauberei den Schlüssel zu seinem Luxusauto. Und sein Ersatzschlüssel befand sich wie das Schicksal so wollte in einer anderen Stadt. Also bat er seine Fans um Hilfe. Er fragte ihn in sozialen Netzwerken, ob sie ihm bei der Suche nach seinem Schlüssel helfen könnten. Das Gute für ihn war, dass er überall verteilt eine große Anzahl von echten Fans hatte. So auch in der Stadt, in der er sich gerade befand und seinen Schlüssel verloren hatte. Die Hilfe seiner Fans ließ nicht lang auf sich warten. Überall in der Stadt suchten sie nach dem Schlüssel eines Lamborghini Huracans. Und er wurde einen Tag später auch gefunden. Ein Fan, der in der Nähe von Nicky James zu Hause zur Schule ging, brachte ihm den Schlüssel. Es war ein kleiner Junge, der aus einer bescheidenen, ärmeren Familie kommt. Seine Eltern haben ihn wahrscheinlich sehr gut erzogen. Denn nachdem er den Schlüssel des teuren Autos gefunden hatte, brachte er ihn ohne Umwege zum Besitzer zurück. Nicky James war überaus glücklich darüber, dass er seinen Schlüssel wieder hatte. Aber es machte ihn auch glücklich zu sehen, wie einige Menschen handeln können. Er betonte mehr als einmal, dass alle Aktionen früher oder später wie ein Boomerang zurückkommen. Und für den kleinen Jungen sollte dieser Tag schon bald kommen. Denn der Rapper wollte nicht in seiner Schuld stehen. Er schenkte dem Jungen und seiner Familie einen nagelneuen SUV Jeep Grand Cherokee. Was sie damit anfangen wollten, überließ er ihnen. Ob sie ihn nun behalten oder verkaufen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Es tut immer wieder gut mitzubekommen, dass auch noch Gutes in unserer Gesellschaft passiert. Für den Sänger wäre ein verlorener Schlüssel letztendlich nicht so tragisch gewesen. Doch für den Jungen, der geholfen hat, wird ein ca. 50.000 Euro Auto eine große Hilfe sein. Was hältst du von diesem Thema? Was war das Wertvollste, was du jemals gefunden hast? Und was hast du damit angestellt? Teile es uns doch in den Kommentaren mit! Danke fürs Zuschauen! Falls dir das Video gefallen hat, zeige es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal! Ciao!